Ich bin direkt an einem Generator. Oh, der Alter, der hat einen Schlüssel. Sehr gut. Vielleicht einen abgebrochenen. Nee. Achso, sieht man den Unterschied? Nee, ne? Nee. Wir sind auf jeden Fall schon mal zu dritt am... Ey! Geh weg. Such dir mal einen. Alter, ich versteck mich im Schrank und warte, bis ihr fertig seid. Ja, das weiß ich. Scheiße, er kommt. Machen wir ein bisschen Krach. Sehr gut. Tschüss, du Trottel. Es ist creamy, ne? Ja. Er kommt in die Richtung, wenn du verletzt bist. Alles klar. Hab ihn gestunnt. Ich mach erst mal ne Kiste auf. Erst mal die Hausaufgaben machen, bevor es hier richtig losgeht. Ich glaube, er hat sich unsichtbar gemacht. Oh, hier ist ne Kischt. Ne Kischt gegen ne Kischt. Okay. Hey, yo, bist du das? Nee, das ist nicht so. Ich bin beim Stinkepferd. Ah ja, heil mich mal. Warte. Jetzt. Hast du ne Kiste? Die ist schon leer. Da hinten ist ne Kiste. Da in diesem Gewölbe hinter mir. Da hab ich grad was aufgemacht. Ist da eine Kiste drin? Oh, fuck. Oh, Salat. Ja, ja, das ist rechts, rechts, rechts. Da in diesem Ding. So, Screamy, ich seh dich doch jetzt. Wohin läuft er? Ne, ich seh ihn nicht. Ich bin wieder in dem Jön. Er ist nicht mehr geblockt. Ich hatte kurz Herzschlag. Ja, ich seh ihn doch da hinten irgendwo rumwackeln. Ich seh dich, dich erlunken. Er ist in der Kirche drin, ne? Er ist oben in der Kirche auf der Treppe. Und er guckt auf den, der hängt. Ne, er guckt ihn nicht an. Meine Herz hat geklingelt. Ja, er ist hier. Okay, er kommt auf mich zu. Ja? Ja. Ich liebe diese Feder, dass der... Okay. Alter. Oh, ist das eine Horrorstimmung hier. Ja. Ich glaube, er ist weg von dem Jön. Ja. Bist du wieder da? Ne, er hat dagegen getreten. Okay, ich bin wieder dran. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich ihn gerade gesehen habe. Ne, es war eine Krähe, oder? Ne, es war das Pferd. Ich bin auch gerade. Wird immer größer. Es war eine Krähe. Es war ein Pferd. Vielleicht ist er eine Gorilla. Nein, weil das Pferd nicht bewegt hat, weißt du nicht. Das ist ein Elefant. Ja, geil. Äh, links von dir ist noch ein Jön, ne? Oh, fuck. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn hätte gesehen habe, links von dir. Äh, Katze klingelt aber nicht. Okay. Guck mal hier lang. Da ist noch ein Jön. Wo? Da sehe ich doch einen. Ne, da ist er. Okay, wir gehen in die Kapelle hoch. Ja, da ist schon einer dran. Ja, das ist noch so gut. Da mache ich dir mit. Machen wir gerade eine Kischt auf. Sehr gut. Ja, brauchst du nicht hochkommen. Wir sind dreiviertel durch. Oh, der andere ist bis da. Oh, ja. Da hat die Klinge des Killers zugeschlagen. Hahaha. Sehr gut. Okay, er trägt ihn. Warte, 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 warte. Wann trägt er ihn denn? Ähm, das Gute ist, wir können jetzt auf der anderen Seite mal ein paar Jöns machen. Das ist gut. Weil wir haben es relativ tief gut verteilt. Ich will retten. Ich will retten. Warum rettet die blöde Tussi? Nein, nicht, ey. Okay, also ich bin jetzt im Jön. Komplett auf der anderen Seite, das ist die Killerhütte. Und da bin ich jetzt direkt nebendran. Oh, ich... Da hat er ja einen mitgegeben. Ja. Weil er sonst den anderen wieder geschlagen hätte. Ich fahr's mal ab. Ich wüsste eigentlich, wo du bist eigentlich. Komplett auf der anderen Seite. Komplett auf der anderen Seite als die Killerhütte. Ich bin da daneben. Also nicht... Entweder du kommst zu mir ohne ihn, aber bitte. Ich bin an einem Jön jetzt. Sehr gut. Aber... Ah, ich seh dich. Ich komm zu dir. Nee, brauchst du eigentlich nicht. Ich brauche... Ich hab nur noch ein Viertel. Zum Heilen. Nur zum Heilen. Warte. Heil mich grad erstmal. Ja, aber du weißt, was kommt. Jetzt kommt ein Fähigkeitencheck. Okay, Schweinehütte. Das kommt immer dann, wenn man aufhört. Ja, das stimmt. Er kommt, er kommt, er kommt. Vielleicht könntest du für mich tanken. Um dich jetzt voll zu heilen. Nein. Er kommt von da drüben, von da drüben. Heil mich doch fertig. Es geht nicht. Es ging nicht. Du hast aufgehört, irgendwas zu machen. Komm hierher. Komm rein. Los. Er stoppt dich eigentlich. Pass auf. Er ist hinter dir her. Komm, du bist steckert. Ich renne die Kirche. Bin mir nicht sicher. Er ist nicht mehr hinter mir her. Er ist hinter mir her. Fahrt, Bill. Ich will den Jen machen. Der war fast fertig. Oh, fuck. Hier ist ja kein Ausgang. Ich bin beim Jen. Ich zieh den durch, Mann. Ich bin oben in der Kirche gerade. Was ist schon wieder bei mir? Auf mich hat er irgendwie keinen Bock. Ich bin wieder beim Jen. Ich bin wieder beim Jen. Ich habe den Stein weggeworfen. Oh, Bill. Oh, Bill. Ich bin auch an dem Jen. Nice. Nice. Wie weit bist du mit deinem Generator? Oder war das deiner? Das war der. Ich habe den Stein geworfen. Da ist er. Leider war Bill im Weg. Er hat wahrscheinlich einen Stein gegen den Kopf bekommen. So, er geht. Oh, er ist tot. Er geht gar nicht mehr. Er geht zu mir. Wo bist denn du mit deinem Jen? Auf der anderen Seite der? Wo ist er? Ich muss weg. Bist du auf der anderen Seite an dem Jen gewesen? Du. Nee, ich habe woanders. Der versucht mich zu stalken. Der Dude. Fucker. Oh, die Luke ist in der Kapelle. Du kommst doch nicht zu. Mann! So, wann war erst mal wichtig die Kischtar? Wieder gegen so einen Scheiß gerammt. Der Scheiß, du bist diese blöde Kischtier. Okay. Jetzt kann sie mal gucken, was machten die anderen? Weiß nicht. Ich glaube, ihr seid alle an dem Generator. Ich bin hier im Jen. Sehr gut. So, wo ist der Killer? Bei ihr. Bei ihr. Ich weiß nicht, wo sie ist. Wenn es rennt, sie. Ich renne. Ja, sie rennt auch. Ich weiß wieder nicht, wo der Ausgang ist. Ich habe nicht aufgepasst. Bei mir ist auf jeden Fall niemand. Kannst du mich retten? Ah ja. Nöd. Nee, ist ja nicht nöd. Doch, es war nöd. Jetzt wurde mir angezeigt, nöd. Muss ich mich nicht heilen. Nö. Ich suche erst mal kurz, ob ich spontan das Tod sehe. Er kommt in die Richtung hier. Er kommt in die Richtung hier. Kommt her zu mir. Ich weiß nicht, wo hier ist. Der linke Ausgang, den ich die ganze Zeit gesagt habe. Ich gehe zum linken Ausgang. Dann rette ich, ja? Erfolgt mich. Ja, du bist doch aber da bei ihr. Nein, ich bin in der Kirche oben. Ja, das ist ja ganz in der Nähe von mir. Naja. Ola, die Waldfee. Ich bin jetzt ganz woanders. Ich renne extra weg. Ja, ist gut. Ich muss ja den ganzen Weg dahin rennen. So, es wäre jetzt eure Zeit aufzumachen. Er hat mich verloren. Ja, wir machen auf. Ich gucke, ob ich Tod an mir finde, während die andere aufmacht. Ich habe den Stein in die andere Richtung geschmissen. Ich bin hier in einem Schrank drin. Machst du nicht auf? Mach das Ding auf. Nee. Ja, ich mache jetzt auf. Geht es dir auf? Ja. Willst du mich noch kurz heilen oder als Bonus oder nicht? Ja, kommt her. Ciao. Chef. Ja, es tut mir auch leid für die, die jetzt da stirbt. Ja, nöt ist halt blöd. Wenn man das gleiche am Anfang findet, aber... Ah, es war eine durchaus spannende Runde gegen ihn. Der hat auch gut gespielt. Level 14. Ich habe keinen Pip bekommen. Das gibt es doch nicht. Ah, das war ganz geil. Dabei habe ich die zweitmeisten Punkte. Ich habe mehr Punkte als der Killer, du auch. Und wir sind ja auch entkommen.